Spinnen im Schlafzimmer sind dein ganz persönlicher Albtraum? Dann solltest du dir eine dieser Pflanzen in die Wohnung holen. 1. Lavendel Der Geheimtipp gegen Spinnen lautet, ein Lavendelbusch im Schlafzimmer. Den Duft mögen die Krabbeltiere nicht. Wer auf Nummer sicher gehen will, kann zusätzlich mit Lavendelöl getränkte Wattebäusche in den Wohnräumen platzieren und so eine wahre Spinnenbarriere errichten. 2. Pfefferminze Auch den Geruch von Pfefferminze können Spinnen nicht ertragen. Warum also nicht mal eine Minze ins Schlafzimmer stellen? Die ist pflegeleicht, schön anzusehen und benötigt lediglich direkte Sonneneinstrahlung. 3. Basilikum Das beliebte Küchenkraut ist schon seit der Antike als präventive Lösung gegen Insekten, Fliegen und Mücken bekannt und die sind bekanntlich Nahrung von Spinnen. Finden Sie die nicht bei euch, suchen Sie schnell das Weite. 4. Eukalyptus Wer keine Lust auf ungebetene Besucher hat, sollte sich eine Eukalyptus-Pflanze zulegen. Die eignet sich sogar für das Badezimmer. Durch den heißen Dampf nach dem Duschen oder Baden werden die ätherischen Öle freigesetzt, die gut duften und gleichzeitig Spinnen fernhalten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.